dann geht es mal los hier mal wieder weiß habe ich in letzter zeit ja selten mal gucken ob ich es noch kann was ich auf jeden fall kann ist euch begrüßen hallo und herzlich willkommen zurück ich hoffe ich kann euch eine interessante partie bieten aber erst mal brauche ich einen schluck wasser okay er greift hoch an dann müssen wir ja hier punkte nehmen so und jetzt will ich auch nicht irgendwie hier was spielen also spiele ich immer flach dann ist die stellung fertig er dehnt sich aus und ich kann jetzt hoffentlich hier angreifen oder gibt es irgendwas besseres es könnte besser sein als meine züge was machen wir jetzt mit der stellung ganz plump hier aus denen und dann tenuki spielen hier vielleicht hier spiel und er hier spielt wie setze ich dann fort gar nicht hier wäre auch eine idee wenn ich erst hier spieler und er spielt da oder hier dann weiß ich wieder nicht so richtig ich glaube ich spiel heute mal den hier und jetzt diesem kram hier braucht man da auch irgendwie eine treppe die läuft ja für mich das ist die frage spiel ich jetzt dann erstmal diesen hier habe ich die ecke sicher schon meine zweite und wenn er da nicht mehr macht als hier so ein bisschen gebiet anzudeuten dann ist das doch okay kann ich jetzt ja auch noch da spielen was hat man hier für züge außer diesem endspiel zug ist sowas hier für leicht ja da antworte ich mal drauf hier und hier habe ich öfters mal gesehen bei starken spielern er antwortet deshalb auch hier dann ist ja alles gut dann ist ja alles gut hier hochzuziehen macht nicht viel sinn solange er hier spielen können macht sonst irgendwas sinn ich soll natürlich nicht mich gesplitten lassen und dann zwei schwache gruppen haben andererseits nur ist knoffern gucken wir hier jetzt antwortet okay so dann schiebe ich hier einfach weiter ja spielt da ok das bringt wenig vielleicht kann ich hier mal die ganz andere variante spielen bei der ich einfach hier fange und dann hier schneide er dann letztlich hier raushüpft dann macht er hier vielleicht einfluss der aber schon perfekt reduziert ist vielleicht sollte ich das doch jetzt einfach so schlagen so 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 und dann bin ich wieder dran oder und hier ist doch nichts da 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 ich möchte mal hier ein bisschen kämpfen ob das gut für mich ist da bin ich jetzt schon wieder skeptisch weil ich habe hier oben noch zwei probleme aber ich bin gut darin sachen zu verdrängen also ignoriere ich das hier oben erstmal er hat rauchschwächen okay das hier wirkt nicht ganz korrekt aber aber vielleicht hilft es ihm hier auch ein bisschen ne ich könnte jetzt allerdings hier spielen da 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 ist das gut für mich man weiß es nicht man weiß es nicht okay er antwortet dann hat mir das alles nichts gebracht tja irgendwas ist immer irgendwas ist immer so ich habe hier irgendwelche sinnvollen züge so was hier ich glaube nicht da 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 vielleicht doch ne die hier oben nicht so schwach wären ach mal schauen wie er darauf antwortet da 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 das lebt dann schon so mehr oder weniger ne wie oder ich einfach kann es Uiui. Okay. Okay. 20 seconds. 25 seconds. 28 seconds. Oh, it's good, it's good, it's good. 10 seconds. 25 seconds. 28 seconds. Das war alles jetzt nicht so gut. Da, da, da. Aber so schlimm war es hoffentlich auch nicht. Reden wir uns das mal ein, oder? 20초. Das 20 Punkte. 30, 40, 50. 25 seconds. Alles noch okay, ne? 20. 20. 20. 20. 20. 20. Was geht hier jetzt? Tari, ich decke, er deckt hier, ich decke da, ich schneide hier. Er sticht durch. Ist egal. Fange ich die. Das sieht doch auch aus wie eine gütliche Reinigung hier. 20 Minuten. 25 Minuten. Gut. Gut. Jetzt sieht das nicht mehr aus wie eine gütliche Einigung. Jetzt sieht das doch eher aus wie ein Desaster für ihn, oder? Also ich finde das ist ziemlich desaströs. 25초. 28초. Schön ist meine Form jetzt auch nicht. Und das nervt hier auch noch ein bisschen das Aji. Ja, ich könnte eventuell auf den da antworten. Mhm. Oder ich lasse ihn hier halt einfach verbinden. So, so, so. So, so, so. Hier echt? Da, 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 da. 25초. Da, da, da. Das geht nicht. Da hätte ich dann auch gerne gespielt. Gönnt er mir aber nicht. Er gönnt es mir einfach nicht. Das sieht schon alles komisch aus hier. Sieht alles sehr komisch aus. Jetzt müssen die nur irgendwie überlegen. Eben. Und diese natürlich auch. Ich hoffe das klappt. Also, das hier sind 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 oder so. 10초. 28초. 10초. 28초. 20초. 30초. 40 Juni. tiöettu. 60초. А Jetzt will ich da auch durch. Den mit dem beantworten. Das klappt hoffentlich. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10초 20초 Kriegt er die zwei Steine da wieder, ne? Wenn er irgendwann den hier in Vorhand machen kann. Wir spielen das so und er kriegt die nicht. Jetzt spielt, kann ich hier schneiden, weil das dann Atari ist. Gut, dann nehmen wir erstmal die Steine hier. Das hat natürlich noch so ein bisschen Seki-Potential hier. Aber so viel dann auch wieder nicht. 10초 Jo. Läuft. Gucken, was das jetzt wird. Ja, will er wahrscheinlich hier schneiden, weil er den Zug hier in Center hat. Vermutlich machbar. Ja, aber... Ich kann ihn hier zur Not einfach reinlassen. Solange ich dann hier wieder rauskomme. Dem beugt er jetzt natürlich vor. Schade, schade. 10초 Das hier soll jetzt auch nicht alles gebiet werden, oder? 10초 Ich trau's mich nicht. Ich trau's mich nicht. Ich holte die Atari geben, aber vermutlich hätte das nicht gut geendet. Okay, das ist jetzt erstmal wenig relevant. 10초 Dann müssen wir halt hier rein. Bisschen reduzieren gehen. 10초 Da könnt ihr auch nochmal spielen. 10초 Jetzt können wir ja eigentlich nur hier oder hier spielen. Widerstand leisten ist zwecklos. Wir sind die Burg. Widerstand ist zwecklos. 10초 1 2 3 4 Gut, kann man machen. 10 War das größer? Vermutlich, ne? 10 Ja, das war nicht gut. Okay, aber immerhin antwortet er da. Dann krieg ich den noch jetzt bestimmt in Vorhand. 10 20초 1 2 3 4 4 5 5 6 5 6 6 7 10 10 10 Was macht er da jetzt? Tendenziell wird er wohl leben, oder? Aber mehr sollte da nicht drin sein. 1 2 3 4 5 6 6 1 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 15 15 1 15 15 15 15 15 16 15 16 Ja, das sollte doch hinkommen. Müsste räuchen. Ist gar keine Vorhand hier, ne? Oh Mann. Ach was, ist trotzdem gut. Hier wird er doch hoffentlich nichts mehr hinbekommen, oder? Da, 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 da. Da muss ich die alle rausfangen, oder wie? Vier Freiheiten. Okay. Ich hätte natürlich auch hier einfach von denen spielen können, dann hätte ich sowieso... ...drei Punkte weniger innen gehabt, also macht das jetzt keinen so großen Unterschied. Es sei denn, da geht wirklich was. Aber ich glaube das mal nicht. Tja, zieht sich jetzt alles wieder ein bisschen. Wie groß ist der? Geht hier gar nichts. Wär ja schon ein bisschen schade. Geht hier. Geht hier. Geht hier. Geht hier. 25 Minuten. 25 Minuten. 25 Minuten. 10초 20초 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 10초 20초 25초 28초 29초 30초 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 31 Ich glaube, wenn er hier eine Treppe gespielt hätte, das wäre gegangen. Aber jetzt kann ich die anbinden oder aber eben hier schneiden. So. Ne, kann ich nicht, weiße Atari ist. Ach, Menno. Das ist schon ein bisschen schade. Naja, sei es drum. Hm. Bin ich hier wenigstens angebunden und brauchst die nicht mehr rausschlagen. Hat da also auch was gebracht. Bin mal wieder ganz hervorragend im Schönreden hier. Gut. Okay. Sei es drum. Ich bin ja im Prinzip hier angebunden. Das machen wir dann jetzt auch mal sicher. Was haben wir jetzt noch hier? 10초 Hm. 20초 Okay, er gibt auf. Vielen Dank. Hui. Gut. Weiß führt jetzt auch auf dem Brett schon mit... Ja, 8 Punkten. 5 bis 10 Punkten, sagen wir mal. Schön. War eine interessante Partie. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob hier noch wieder irgendwas geht. Aber, ne. Leider nicht. Oder doch. Hat leider wieder eine Freiheit zu viel hier. Wenn ich da einen Stein hätte. Ähm. Und dann das hier schaffen würde. Das wäre natürlich prima. Aber so gut muss es nicht laufen. Jo. Man war hier doch noch gerade genug Archie, um irgendwas zu machen. Beziehungsweise, ne. War es eigentlich nicht. Wenn er hier jetzt diese Treppe gespielt hätte. Oder kann ich dann mit dem Zug, auf den er dann ja irgendwie hier antworten muss, so spielen? Tatsächlich. Ja, dann ging das ja alles. Bin ich sicher, ob ich den dann gefunden hätte während der Partie. Weil die anderen gehen glaube ich nicht, oder? Hm. So, da kann er dann zur Not hier ein bisschen was opfern. Wäre dann auch noch einigermaßen, naja, Verlustbegrenzung vielleicht gewesen. Das hätte dann nicht viel gekostet, dass ich hier gespielt habe statt da. Aber mit diesem schönen Zug hier, dann hatte das ja doch alles seine Berechtigung. Ich wusste, da war Archie. Nur als ich da gespielt habe, also diesen Zug hier, wusste ich noch nicht genau, welches Archie. Der alte Bluthund hat mal wieder was gerochen. Also wenn euch die Partie gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Über Abos freue ich mich sowieso immer und über Kommentare. Dann weiß ich, dass die Partie irgendwas in euch bewegt hat. Aber es ist mir auch recht, wenn ihr einfach nur reinschaut, um ein bisschen seichte Unterhaltung zu genießen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.